hallo und herzlich willkommen zurück bei battlefield 1 wir sind immer noch franz mene französische revolution ja schmeißt doch deine granaten rum wir gehen zu a wir wollen a falls ja schon einige mitbekommen habe ich lerne im moment an japanisch auch die zeichen und alles mögliche das geist das geiste wort ist a a bedeutet einfach dass man überrascht ist es ist überrascht einfach nur acht sie muss auch in anime hört und so ein scheiß ja ja also ob ich so dumm hin und da drüber schießt da wer hinter mir auf mich oder sind meine eigenen vollidioten das wir haben einsatz ziel david erobert da sind ja gar keine ist da einer drin heute geht es auch wir haben sie schon erobert also da gibt es baumhäuser kommt mit mir ins abenteuerland kommt mit mir was soll ist das für ein patzer alter wir haben einsatz zielwerfer erobert ok 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 wobei das ein bisschen laut ist wenn ich da hier ist irgendwo ein roter, irgendwo ist hier ein roter oh verdammte scheiße wir verlieren einsatz ziel berta shit man ist hier kommt er da rein? ne der läuft nur außen rum ok wir sind bei b wieder nur übermacht wir verlieren einsatz ziel berta fuck das war ein gegnerisch warum haben wir nicht markiert dummes arschloch wie er einfach in das haus fährt weil er sich gerade extra schön renoviert hat ich wollte da drin wohnen weil meine familie großzieht und dann fährt er einfach durch die wanne oh das schaut schön aus das haus herr leute was geht so ein bisschen kugeln und bischen baller baller wir gehen zu d doppelt die doppelte ist immer gut die wie dummer wichser der scheiß wir haben ein satz ziel david erobert es geht nicht ab mann oh verdammte scheiße ha frank to be kommt noch mehr Hallo? Kommt noch... Es sind nur noch mehr. Wo sind denn die? Ja, merci, Bokkur. Sieh, der wird jankt sich wenigstens. Jetzt ist der Gearschka irgendwie der Rest von dem Haufen. Was ist jetzt passiert? Du sollst auf die Häuser schießen und den Knife lieben. Ich weiß, der wurde wahrscheinlich abgeschossen, aber... Ich höre das Pferd. Hallo, markiertes Pferd. Oh, oh. Ha! Halt, warte, den kann ich wiederbeleben. Oh, fuck you. Ah, leck mich. Nur weil ich den wiederbelebt... Ja gut, spätestens. Jetzt wäre ich sowieso voll am Arsch gewesen. Oh, scheiße, wir sind voll am Arsch. Überlebe, überlebe. Voll kacke. Was soll denn der Scheißdreck? Weißt du, du kommst rein und wirst direkt abgestochen. Ich kann dann erstmal freundlich in der Tasse Tee aufsetzen und so sagen, hey, wie geht's dir, bevor ich dir das Messer nehramme. Ich möchte gerne... Wir verlieren Einsatzzieher Cäsar. Bleib ruhig dich gut. Ich gehe mal da raus. Ist das eine gute Idee? Oh, fuck, wahrscheinlich nicht. Ah! Geh mal da rein. Boah, was zur hell ist hier los? Also die Renovierweiten schreiten schlecht voran. Geh mal da rüben. Boah. Geh da da rein. Außenrum. Die sind da drin. Boah, was zur... Achtung, Arschloch auf dem Hügel. Ist das Gnobina gleichmäßig aufgeteilt? Ich nehme mal den da. Mal schauen, was da taugt. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder wegstochen oder so. Ist der verletzt? Okay, okay. Lauf, Schlampe, lauf! Ja, Mann! Oh, oh! Oh, fuck! Zu spät gesehen. So ein Wichser. Na warte, dein Pferd verabre ich auch noch zu Gulasch, Alter. Gibt's Pferdewurst. Leckere Pferdewurst gibt's. Hopp, geh ins Gefährt. Ich seh nix. Wo fährst du denn hin, Mann? Das war irgendwie doof, was du da machst, Alter. Wir wollen da rein. Ja, Mann! Du Trottel, wie kommen wir jetzt wieder? Okay, wo können wir ja sein? Wo können wir ja sein? Hopp, ihr Muschis. Wo seid ihr? Wo ist die Muschi? Hallo? Ich gucke in den Rutschum, wenn's der raus. Wo? Ja, töte das Pferdewurst. Das ist bestimmt der Wichser, der mich gekillt hat, Alter. Schneid's einem Pferdekopf ab und versenk's in seinem Arsch, Mann. Ich geh zu D, Alter. Der will bestimmt D haben. Es ist unser D, Doppel-D. Wir sind ein bisschen besser. Kann natürlich auch schnell wieder umschwenken. Oh, das ist ein Bomber. Ja, okay. Da lasst mir nichts übrig. Wer ist immer noch der fucking Reiter, Alter? Sehr gut. Kann ich die benutzen? Ja. Egal. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Nein, haben wir nicht. Wir haben es nur vorübergehend ausgeliehen. Was war denn das? Das ist nur die beste Idee, hier einfach offen rumzustehen. Die laufen in den Hügel runter und schmeißen sie uns graus. Oh, fuck you. Scheiße. Hier, der Schei... Schaut doch mal, was ihr mit mir gemacht habt, Alter. Das ist nur ein Abstieg. Indem man so runterrutscht. Ja, wir sind jetzt wieder klar besser, Mann. Hopp, wir holen uns A. Toll. Was hinter mir? Du Drecksau. Fahr zur Hölle. No me hakasla. Wer denkt sich solche Namen aus, Alter? Ich meine, meinen habe ich wenigstens aus dem fucking Buch geklaut. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wirklich? Schon wieder das Arschloch mit dem Pferd? Das ist jetzt aus. Ich ziehe hier ein. Ich rühre hier renovieren. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Oh, fuck. Habt ihr mich nicht getroffen, ne? Arschkrieg. Da oben ist einer, da oben ist einer. Ähm, da ist ein Panzer, Leute. Und den Gegner. Das heißt, ich komme hier vorerst nicht wirklich weg. Oh, shit. Bleibe ich hier? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe es überlebt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Boah, Alter. Oh, oh. Yeah. Wie ich hier voll abgeräumt habe, Alter. Ich bin zu gut für diese Welt. Ja, ich bin zu gut. Wart um. Heil mich, Asch. Bevor du den Töter hast. Heil mich. Wo bist du hin? Bleib bei mir. Komm zu mir. Ach, leck mich. Willst du mir noch erzählen, dass der ständig Kopfschüsse verteilt? Arschloch. Dämlich. Du dämliche Hure. Du Hure. Voll die Hure. Was zur Hölle war denn das für einer? Oh, fuck. Toll. Ich dachte, da ist ein Scharfschütze. Gut, dass der mittlerweile ausgetauscht wurde. Der alte war verstaubt und dreckig. Äh. Nein. Geh zu C. Das ist ein scheiß Witz jetzt, oder? Du wirst mich jetzt verarschen. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht, Alter. Das kannst du vergessen. Ich spawn, schieße auf den und er schießt da hinten durch, Alter. Von 10 Kilometer weg. Ich will kein Pferd. Ich will B. Was ist hier passiert? Also die Grundsanierung. Äh, das ist unsere. Oh. In der Linken der Modellation ist ein Grabenkämpfer-Kit verfügbar. Scheiße. Wäre ich stehen geblieben. Die Trottel haben so nicht mehr mühbekommen, wenn sie hinten an der Wand stehen. Nein, nein. Ah, fuck you. Entschuldigung. Dabei rege ich mich selber immer drüber mal. Ob ich gehe da mit einem Panzer rein? Was zur Hölle magst du? Was zur Hölle magst du? Das Ding ist kaputt. Ich kann hinten nicht schießen. Hallo? Ich gehe mal hier raus. Ich gehe mal hier raus. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, fuck you. Ich bin ja so am Arsch, weil ich trau mich hier nicht weg. Das war's. Das ist der Wichser, der vorhin auf 10 Kilometern vorne mich abgeknallt hat. Leck mich. Ich hoffe, du schiebst dir deine Bomben in den Arsch, man. Dass sie oben wieder rauskommen. Bitteschön. Langsam, langsam vorwärts, langsam vorwärts. Oh fuck, die sind da hinten. Ah, Dreck. Fuck you. Fuck you, bitch, man. Wie schaut's eigentlich vom Pummelstand her aus? Ja, nicht so gut wie das letzte Mal, war mir klar. Ich geh wieder in den Panzer. Fahr, fahr, fahr. Natürlich ist dann hinten im Eck noch einer. Das ist wieder so ein Fight, so 50-50. Alter, du kommst rein, bist tot. Oder du kommst rein, tötest ein, zwei Leute, bist tot. Oder du kommst rein, tötest ein, zwei Leute, bist tot. Wie man mich sieht auf die Entfernung, dummes Anschloch. Nein, das war auch um mich zu schießen. Ich weiß, überhaupt wer auf mich geschossen hat. Boah. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Boah, scheiße, da oben war einer. Du, Dreck. Jetzt fällt mir, irgendwie haben sich jetzt meine Ausdrücke vermischt. Du Ratte, du elendische Ratte. Kommt, oh nein, er lässt dich töten. Er lässt dich töten. Wir haben Einsatzziel David erobert. Erobert. Hä? Er ist einer. Oh, scheiße. Und ich laufe in den nächsten Scharfschützen rein. Der, 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 das ist doch immer noch sehr wenig, oder? Im Flim. Der hat mich schon viermal getötet, ist doch mein Arschloch. Der stellt sich nur dahin und campt, alter, dreckiger Missau. Oh, ich hoffe, du verlierst. Sollte ich vielleicht hier irgendwo hoch? Wir haben Einsatzziel David verloren. Er explodiert alles. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wer schlägt denn da immer, du? Ich bleib jetzt mal hier und schau blöd. Oh fuck. Was mach ich jetzt? Bleib ich hier und schau blöd? Ich bleib mal hier und schau blöd. Warum? Warum? Fuck you. Fuck you. Du dreckige Missau. Dich hol ich mir, Alter. Dich hol ich mir. Hau schnell. Ich will den haben. Ich wollte ihn irgendjemand anders töten. War der hier drin? Ne, das war ein anderes Haus, ne? Dummer Arsch. Bleib durch das Tor. Pechkorb. Gibt Gasmasken dafür. Räuchern die mich gerade eigentlich aus? Meine eigenen Leute? Ah, komm. Ist das schon wieder dasselbe? Und ich hab schon wieder die selbe Scheiße gemacht. Nein, verlieren wir nicht. Weil ich mir das hole. Ehhhhh. Ehhhhhh. Fuuuck. Das war vor draußen einer. Tschuldigung. Ich hoffe ich bin nicht zu laut. Wahrscheinlich schon. Ich gebe ihn nicht her. Aber wenn ihr nicht weißt, dass ihr eigentlich hier seid, den ganzen Scheiß-Trupp habe ich ausgelöscht. Fahrt zur Hölle, alle miteinander und ich renne jetzt hier weg. Ja man, weil ich es drauf habe. Fuck you! Ihr könnt nur verlieren, ihr Schweinepriester. Und ich gebe B nicht her, weil das ist mein B. Und warum? Weil B genauso ist wie Bitches, man. Bitches, das gehört mir. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Hehehehe. Rescue, man. Rescue. Hier, bitteschön. Gehen wir da rein. Hä? Irgendwie ist der eine tot. Der andere ist ein anderer. Die haben so gut wie verloren. Pass auf, da ist rechts einer. Ah, shit, alter. Dreckiger Mixer. Komm, jetzt schauen wir noch zu. Der Rest ist sowieso gegessen. Bam. Drei, zwei. Alter, ich will noch aufs Feld. Schnell. Ah, fuck. Puh. Ja, Mann. Das war knapp. Knapper Sieg, Alter. Aber es ging, Mann. Es ging. Wir haben es doch voll drauf, oder? Was sagt ihr? Klappen ist voll drauf. Ah, bloß eineinhalb Bonus, Alter. Ich dachte, ich krieg's sowieso doppelt Punkt, aber... 28, 42, ja. Uhuhuhu. Okay, das kann nur ein schlechter Trupp sein, Alter. Weil ich, ich bin der beste Mann. Ich hab's voll drauf. Nein, natürlich nicht, aber... Ich hab's voll gerockt teilweise, Mann. Ja. Ich hab diesen Trupp alleine erledigt, bloß weil sie sich in jedem scheiß Eck in dem Haus neigestellt haben. Stufe 30, Mann. 30. So, jetzt muss ich aber noch aufhören. Oh, Mann. 31 hätt's doch noch sein müssen. Äh... Achso, ja, Punktestart und Level... Äh... Punktestart... Boah, fünfter hier, Mann. 29 zu 21. Ja, ich hab weniger Flacken erobert. Jetzt muss ich zugehen. Äh... Geil, Mann. Ich hab's voll drauf. Jetzt bockt sich das Spiel voll. Jetzt muss ich endlich mal einen vollen Server hat, Mann. Puh. Also gut. Genau, ein Battlepack öffnen wir noch. Ist wahrscheinlich bloß mit Bullshit drin. Ja. Sag ich doch. Also gut, Leute. Das war's jetzt fürs Erste. Ich bedanke mich wohl fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Servus. Tschüss. Tschüss.